Du kannst neben dem Fuß oder so rumgehen. Alter, jetzt hab ich das falsche Ding geschoben. Nee, dann ins Geld halt. Nein! Hast du es drauf? Ja. Scheiße, Alter, das war knapp. Langzeit, wenn es ab und so peng, peng, peng. Und die anderen gehen halt über den Hügel drüber. Oh yeah, Motherfucker. So Leute, jetzt will ich euch noch jemanden vorstellen. Erstmal hier mit einer Ken. Unser Freund. Der macht Smacking off freundlicherweise. Und jetzt hier der Regisseur Steven Spielberg ist extra gekommen. Aus Amerika, Los Angeles, Hollywood. Hallo! Hallo mein Freund, wass up with you? Can you talk with me? Hallo, Motherfucker! Also Leute, wir haben hier jetzt schon zum dritten Mal Probleme mit der Security. von der, wenn man es hier mal kurz sieht, Sparkasse, dann von der Rheingalerie. Wir werden hier richtig gestalkt und die passen auch auf, dass nichts passiert. Hier vorne ist der gute Mann, der will aber nicht gefilmt werden. Und ja, wir hoffen jetzt, dass es gleich los geht. Wir haben jetzt die Kamera, die uns die ganze Zeit filmt, auch gefunden. Ja, die ist versteckt. Und wir warten jetzt immer noch auf den Schauspieler und hoffen, dass der gleich kommt. und die Schauspieler ist leider nicht geniesen. Und die Hecke haben sich nur auf, ganz gut. Und die Hecke haben sich nur auf. Na jo, ich hab die drauf. Na ja, wo die Lockdown wir oben sehen, Die Schauspieler sind vom schlauher Lexifix. Und ich habe keine Interaktion, und ich habe keine Müllung. Wir haben einen Platz geland, der scheiß Kopf. Der schreit da rum, ich brülle ihm dem scheiß hoch aus. Wie lang soll der? Ne lang, ich zeig euch mein Pimbeln und den ganzen Film für so'n scheiß Porto. Okay, das haben wir jetzt. Wie geht's jetzt weiter? Pass auf, wir machen das so. Das ist das, was ich gemeint hab. Du musst ihm helfen. Du läufst bei 3 wieder los, pipsch in den Rucksack, er fährt los, ne? Dann kommst du, die Kamera dreht zu dir. Du gehst zurück zu ihm, du haust ihm einen rein, er fällt hin und du sagst ihm dann go, go, go. Soll ich den Sals schnell erst wegst? Aber ich sag ihm doch go. 1, 2, 3. Go, 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 go. Geiße! Rheingalerie! Muscht du pullern, ne? Kannst du mal aufhören, das Making of, das gehört dazu! Ja, der, wer macht die Musikerei? Wer schickt Trainer? Jungen, Kreimer, und er ist auch da! Den Sender-Empfänger, das Sender-Empfänger. Und damit jagen wir jetzt Luftwigsabend in die Luft. Und was machen Sie damit, Herr Hiel? Ja, das gibt Rauchpumpen, wir haben hier Rauchpulver. Das fülle ich da rein, da habe ich zu Hause schon vorgebracht. Das ist der Zünder, sag ich jetzt mal, der wird da reingeschoben. Und dann wird das über die Fernbedingung, das wird an den Glemmkasten reingeklemmt und dann durch den Zündpunkt geht dann der Rauchpulver. 1, 2, 3, penn, penn, genau, stopp, das war schon. So, Servus Leute, wir sind hier jetzt, wie man gerade sieht, am von uns vorbereiteten Drehort. Und jetzt ist etwas mit Pyrotechnik verkabelt über Zünder, Fernzünder. Da haben wir hier einen Stuntman, wo das ein bisschen kontiniert, damit den Leuten nichts passiert. Sag kurz vor deinem Namen. Hi, ich bin der Olaf. Olaf. Hi, Olaf. Hast du die Teile überhaupt noch gemacht? Okay, jetzt. Auch wieder in den Schwarz? Ja, ne, auch schon weiter unten. Da kommt der Absträmmung. Achso, ja, klar. Ja, super, dann lass uns das da machen. Okay, dann machen wir das da. Aber nur zweimal jetzt, oder dreimal? Zweimal. Ja, aber der Akku wird langsam leer. Ja, dann machst du auch so.